Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei GTA 5 und ich muss mir das Mikrofon ein bisschen runterstellen. Äh nein, hier muss ich es ein bisschen hochstellen. Momentchen, Momentchen, dann mal gleich so. Und jetzt können wir anfangen, ne? Ähm, ich würde sagen, wir haben ja noch ein paar Missionen zu tun. Und, äh, die machen wir jetzt auch, machen wir jetzt auch, ne? Möp, möp, ich brauche mal ein Auto, genau. Oh, da ist ein roter Punkt auf der Karte. Gleich nicht mehr, jetzt nicht mehr, haha. Was ist denn das hier für eine Mission? C für, äh, Cletus? Ne, die Chinesen, achso. Wieso kam ich Cletus in den Kopf? Ach, keine Ahnung. Erstmal die Chinesenplätten. Fick dich. Kann ich dich abschießen? Freck dich. Freck dich. Ja, freck dich ist ein Wort. So, oh, wo laufe ich denn lang? Hier, so, oh, ja, ja, hier. Ach, jetzt habe ich einen Stern, aber egal. Let's get up. You're still banned. What about these two? Whoever wins gets banned. He's won, ban him. I can't ban him, he's my goddamn husband. He's young enough to be your son. Ain't the Internet a beautiful thing, honey? Anyway, I saved your husband. Now get me a drink. I got a meeting. Okay. But any more bodies turn up in my bar? I swear, I will not serve you. Mr. Phillips. Ah, here he is. Yes, Mr. Chang, pleasure to meet you. No, I am Mr. Chang's humble translator. Mr. Chang, now. What the fuck is wrong with him? I'm out. No, don't go. Please, I beg you. If you go, his father kill me. Why do I give a fuck? You don't. But we hear that Trevor Phillips' corporation is serious business. We pay good price. Things work out. We partner. Make big money. So, dann fahren wir doch mal die Typen ein bisschen durch die Gegend. Kann ja nicht schaden. So, wenn ich mich ein bisschen vom Mikrofon fernhalte, sollte das auch nicht übersteuern. Ich hab immer dieses Problem irgendwie. Aber ich bin immer zu nah vom Mikrofon. Chef, wir kommen einfach runter, um die Kuchen zu sehen. Du kannst hier schnell genug kommen. Die Azteche sind gekommen. Sie denken, du hast Ortega. They ain't mistaken. Well, get down here and take them out too. Okay. Krieg mal hin. Are you sure your boss don't want this crank for his own personal consumption? No, no. Mr. Chang Senior is very specific. He wants a good reliable source of meta-amphetamine. We will buy from you here and distribute using established networks. Shit, Trevor. We ain't got long. Whoa, 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 whoa. Manor Schaft. These are our guests, all right? We got Mr. Chang and his humble servant. Hey, Lao Shung. Nice to meet you. Trevor, we ain't got long till they get here. Everything in its time, all right? Gentlemen, please. Come check out the storage facilities. Go on. Nice, right? There you come. Apple room inside. Mr. Chang, please, sir, if you will. Let me out. Oh, no. So far. Tour will recommenzen shortly, gentlemen. Should we get the guns? Yes, chef. Help me. Naja, das ist vielleicht besser, wenn die da drin ein bisschen verweilen. Alter. Ich hab doch die gute Waffe, ne? Ja. Huch, das war nicht die gute Waffe. What the f- Alter. Alter. Ja, dann muss ich mal rüber. Okay, da komm ich jetzt nicht dran. Ähm, Momentchen. Momentchen, Momentchen, Momentchen. Wie komm ich denn hier nach draußen? Ah, hier. Oh. Double shot. Okay. Okay, ähm. Ach, halt die Fresse. Okay. Äh, ich glaube, wir gehen mal... Mh, ja. Oh, Gottes Willen. Immer diese Leichen. Meine Fresse. Ja, ich bin schon da. Die legen wir doch um. Das ist doch kein Problem hier. Ganz easy, locker. Oh. Das gefällt mir. Boom. Boom. Oh, warte. Oh, warte. Dann haben wir gleich. So gefällt mir das. Na, kommt doch her. Äh, folge ihm. Schiff koch, okay. Gehen wir nach unten? So viele Leute. So viel Tod, Alter. Ja, wir gehen nach der Tür. Das können wir doch Friedrich lösen. Oder auch nicht. Ähm. Ach so, das waren gar nicht unsere... Weil die, weil die blau geleuchtet haben. Ich dachte, die haben ihn jetzt entführt. Aber anscheinend nicht. Ich bin bereit, die Tour, Herr Präsident. Ich denke, wir haben ziemlich genug gesehen. Gai-Jong. Das ist ja, wir haben uns da. Oh, schau mal. Schau mal, schau mal die Kontraste, okay? Just ignore die Körper. Hey, Trevor. Are we still gonna cook that batch? Fuck yeah! Okay. Na klar. Na klar. Trevor wird nicht eingeladen, Verträge zu unterschreiben. Trevor unterschreibt Verträge. So, abbestanden Trevor Philips Industries. Verluste. Äh, ja gut, das hätten wir jetzt, ne? Unver... Da hätten wir vielleicht die drei da noch killen müssen. Na, ist egal. Äh, unversehrt, verschrotter, Missionszeit. Na gut. Immerhin Silber. Aber das ist eigentlich gar nicht unser Auto, ne? Na, wir nehmen das aber jetzt einfach. Ähm... Was haben wir denn da? Fremde und Freaks. Können wir noch eine Mission machen? Und hier nochmal die Chinesen. Na, wir gehen erstmal zu Fremden. Und... Ach komm, wir machen Fremde und Freaks. So. Mäp, mäp. Wupp, wupp. So. Ich sag so oft so. Aber ich sage das mit so einer bestimmten Betonung so. So. Weil es cool ist, so zu sagen. Hallo. Na, 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 na. Du hast es, Mann. Mann? 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 Du bist du, du verdammt, Mann. Das stimmt. Ich habe gesagt, verdammt, Mann. Mann! Jesus! Was? 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 Wir sind da? 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 Hilfe! Es ist ein Mann mit einem Schlag! Randale! Die müssen dran glauben, aber direkt. Randale! So. Das macht Spaß. Randale! Yippie! Okay. Alter, mit Trevor ist echt irgendwas falsch. Okay. Jetzt haben wir die richtige Randale aktiviert. So. Jetzt geht was los hier. Okay. Okay. Alter, was hier los ist. Hilfe! Hilfe! Okay. Ich hoffe, wir haben den Grastank nicht angeschossen. Du willst Redneck? Oh! Ich gebe dir Redneck! Okay. Dann gehen wir nochmal drauf. Also wir gehen nicht drauf, aber wir gehen drauf. Oh! Das ist nicht gut! Das ist nicht gut! Oh! 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 Ja, fickt euch doch! So. Alles so ein bisschen in Zeitlupe auch. 41 Kills! 42! 43! 44! Randale! Oh! 45! Na ja, schade. Erledige 3 Klinge. Na gut. Ihr könnt euch verpissen! Schade. Okay. Okay. Wir nehmen uns... Na, das Auto ist kaputt. Ähm. Wir nehmen uns... Das da. Hey, ich habe einen Granatenwerfer. Du hättest an. Zack, zack. Boah, ich liebe dieses Auto, ne? Ohne Spaß. So. Dann... Geben wir nochmal... Oder warte mal. Ne, Quatsch. Na, wir fahren noch zu den Chinesen hin. Und in der nächsten Folge... Starten wir dann die Mission. So. So. Wiii! So, hier steht ja immer noch kein Flugzeug, ne? Dürfte zumindest. Wir können auch mal im Internet gucken. Ähm, was es denn da so gibt. Reisen und Transport. Alitas Travel. Oh, hier kann man sich schicke Sachen kaufen. Hm. Das da. Na gut. Äh, wir fahren weiter. Ich wollte nochmal gucken, äh, was es hier so an Flugzeugen gibt. Aber es ist dasselbe wie in GTA Online. Also kann ich mir sowieso nicht leisten gerade, oder? Ich kann ja mal gucken. Äh, Zwecks... Geld. Na, Trevor hat 157.000. Das ist noch nicht... Also es ist schon viel, aber noch nicht so viel. So. Wir gucken mal gleich rein in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.